jawohl klasse ja ein super mutter dich eben auch noch energie 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 spritzer noch ein stückchen wir haben es fast geschafft und weg ist sie klasse kloppy hat es gerichtet aber wir müssen wir müssen definitiv sehr bald unsere großwaffe wechseln was für ein epischer kam hat voll spaß gemacht schrauben brauchen wir wichtig und aluminium und natürlich die verstrahlte flora jetzt bringt uns das herzlich wenig ne oder ist das noch verstrahlte flora was aber warum warum das bleibt bleibt die verstrahlte flora dann noch verstrahlte flora wenn die einschlagszone vorbei ist oh mein gott wir kriegen die fluchse zehn stück brauchen wir spreng wäre es falsch ne wir brauchen blitz fahren und und die verstrahlte terbeere das verstrahlte äquivalent der terbeere voll gut wie großartig na den rest kriegen auch noch zusammen oder sind wir schon fertig und ich habe es verpeilt wo muss ich gucken bei hilfsmittel tatsächlich wir sind schon fertig wow dann können wir gleich wieder abdackeln mensch oder wir gucken da drüben noch mal nach einem häftchen das sieht gerade so ein bisschen nach häftchen location aus häftchen sammel modus naja gut man kann nicht zweimal hintereinander glück haben also es passiert schon eher sehr selten und da drüben wenn wir schon im o stop da sind übel konsorten sniper rino modus ich wille dich wenn testig mal gucken ob wir hier einen level 75 super mutanten ne die können wir nicht mit einem schuss fertig machen nie im leben aber fast aber fast spätestens wenn dann der neue verschluss drauf ist hey 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 nee ist kein häftchen aber gewürze von dem wir jetzt schon viel zu viel haben aber ein paket gewürze geht natürlich immer und wenn wir sie dann verkaufen müssen okay wir dackeln ab cool trotzdem finden uns noch die schrauben und das aluminium aber wir können zumindest schon mal das flux herstellen mein mann 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 der verbagte einschlags tonne glaube ich die mal daumen könnte tatsächlich so sein zurück nach hause bitte fluxe 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 und die restlichen zutaten sollten wir eigentlich auch haben verstrahlte flora und verstrahlte grüße meine werten ödländer ein eiter sack schön zerlegen sonst noch irgendwas die routine hier einmal durchgehen verstrahlte flora violette fluxe super duper hätte ja sein können aber ich bin trotzdem happy dass wir das so schnell hinbekommen haben und wir haben die brandbeste gekillt jetzt müssen wir nur noch eine riesige kreatur töten und natürlich noch jede menge legendäre kreaturen aber das kriegen wir schon hin noch in der restlichen woche das flux lieber mal ablegen nicht dass ich das mal verliere oder so falls wir das jetzt nicht gleich verbrauchen können aber die schrauben die schrauben hey 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 alles klar bei dir grüß dich dr alba so ich gucke erstmal und dann kann ich dann kann ich immer noch und dann kann ich immer noch in meinen verkaufslohn und wechseln und co was hast du in sachen schrott anzubieten wobei wir können auch ja na klar wir können aluminium einschmelzen nur schrauben ich brauche gerade schrauben bitte nein war ja so klar haben aluminium da als erz ohne ende aber uns fehlen die schrauben wie viele schrauben fehlen uns ich habe mir das leider nicht von vorhin gemerkt wie viele schrauben fehlen uns für den ultimativen ultimativen fantastic 10k verschluss noch gott noch acht schrauben das aluminium hätten wir definitiv acht schrauben okay naja müssen wir doch leider wieder aufschieben und ich habe gerade noch gesehen hey wir haben ja noch legendäre waffen die wir gar nicht brauchen deswegen können wir die verticken waffen billiard köh weg damit da sind maräte weg damit schrauben nicht vergessen und ich gehe lieber mal auf nummer sicher gucke mein stash ob wir wirklich das aluminium erz haben sortieren nach ja wir haben genug aluminium brauchen eigentlich gar nicht mehr suchen kann ich zufällig die lupe jetzt bei mir im inventar ausschalten komponenten ansicht nein ich habe nämlich gerade kein aluminium dabei aber da kann ich doch gegen was tun da gibt es doch was von ratio farm schrot aluminium schrot einstecken noch mal in die komponenten ansicht und die lupe bitte entfernen wunderbar keine irritierende lupe mehr in sachen aluminium i'm so proud jetzt jetzt machen wir was anderes und zwar vielleicht doch noch die fantastik modden denn ps neue aufnahme neues glück ja wir haben genug schrauben ich war in der zwischenzeit ein wenig schrauben farm also ganz ein klein bisschen jetzt brauchen wir nur noch aluminium das können wir ja einschmelzen und dann haben wir endlich fantastik 10k ultrazit edition einmal bitte herstellungs loadout wir wollen einschmelzen herstellen aber nicht zu viel nicht dass wir das rumschleppen müssen schmelzen aluminium ach stimmt genau der regler da war ja was ne kann ich nur noch fünf mal erwähnen wir wir müssen uns noch dran gewinnen reichen fünf wie viel haben wir jetzt ich hoffe genug ich hoffe genug zack einmal rüber gejumpt bitte modifizieren und das andere fantastik 10k ah endlich erstklassiger verschluss aluminium dut 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 oh mein gott und jetzt brauchen wir natürlich 308er ultrazit munition brauche ich jetzt noch für irgendwas eigentlich die punkt 50er munition oder können wir die dann komplett verticken mhm gute frage ich glaube wir können sie wirklich dann verticken geht normalerweise ganz ganz ok weg was brauchen wir was brauchen wir für die richtig für die ultrazit munition allzu viel brauchen wir ja auch nicht weil nun ja allzu viel brauchen wir auch nicht weil weil es ein scharfschützengewehr ist cool was wie bitte 431 Schuss stelle ich damit mit einer mit einer einzigen hier mit einem einzigen Vorgang her ok alles klar ein bisschen Blei einschmelzen das sehr cool ich habe offensichtlich noch ein bisschen Kram dabei hätte ich hier bei meiner letzten No Commentary Aufnahme noch nichts anlegt haben aber herstellen schmelzen bleichschrott und schon können wir ultrazit munition herstellen 308er ultrazit bitte eine Sekunde warte mal was das war noch gerade eben viel mehr ach so ich war nicht im herstellungslohnout sehr 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 ungünstig gerade noch mal bitte ultrazit muni herstellen zack so viel ey klasse und es ist endlich soweit fantastic 10k mit ultrazit muni und so jetzt trinken wir noch ein schlückchen und dann wollen wir das Schätzchen natürlich gleich mal einweinen in der Hoffnung dass das Ding knallt was haben wir denn schönes hier Cranberry Soße Flaschenkürbissuppe bringt gar nichts geröstetes Meierlöckfleisch solange wir Fleischfresser sind Hammelkeule wäre Verschwendung Klingenkornmehl ach komm ne Knallbeernsaft für die kritischen Treffer Limonade Maisbrot kann ich mir sparen Maissuppe kann ich mir sparen Mottenmann Eieromlett ach ja stimmt ich kam ja nicht dazu nach der letzten No Commentary Aufnahme mein Kram zu verkaufen oder während der letzten No Commentary Aufnahme mein Kram zu verkaufen deswegen müssen wir das noch machen wir sind auch fast überladen das müssen wir dann ganz ganz schnell machen Rolfsrippchen aber vorher vorher geben wir jetzt erstmal schön die fantastic ausprobieren ähm was müssen wir denn noch so killen legendäre Gegner okay aber äh oh super Mutanten ja genau eine Sekunde ähm wir machen das ganze natürlich in unserer T65 einsteigen bitte und dann ballern wir ganz kurz rüber ganz 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 kurz zu unserem liebsten Sniperino Ort genau look up and failed genau dahin wollen wir jetzt reisen aber ja nicht im Sniperino Loadout nicht im Sniperino Loadout wir wollen das natürlich im Reise Loadout machen kann ich noch ja ich kann noch rennen das ist die Hauptsache ansonsten wird es teuer und das würde ich mir gerne sparen wir wir sind ja am sparen wir brauchen ein Rezept für ein Serum aber das habe ich ja schon mehr als genug erzählt oder erwähnt willkommen beim look up and failed einmal bitte hier hoch geballert zack ah schande ich sehe auch gerade wir haben viel zu viel Energie mhm das war wegen der Daily Ops die ist derzeit nicht anders zu schaffen diese Gift Daily Ops Schande Mensch jetzt wirkt Nerdwut nicht können wir da noch ganz schnell irgendwo was ändern na klar 3 2 1 wir machen einfach einen ganz kleinen Badeausflug hier zum Steinbruch direkt um die Ecke vom West Tech Forschungszentrum und dann wollen wir hier mal in die Suppe reinspringen ja aber schön vorsichtig waren hier keine Explokisten oder so vorsichtig auch mit dem Sauerstoff aber das werden wir schon überleben aber es dauert länger als ich erwartet habe aber wir können ja noch Wasser sammeln in der Zeit zack immer schön das Wasser mitnehmen und ich denke den Rest kann ich euch achten oh 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 Kunst da ist ja was da ist ja was die Mutti ist hier die Mutti ist hier und ich habe keine Rüstung an wo ist meine Rüstung steht da drüben damit habe ich jetzt nicht gerechnet wir müssen die Mutti natürlich killen das kann ich ansonsten nicht mit mir vereinbaren schnell wieder rein wie der Wind und der verstrahlte Wirbelwind na come on Großwaffenloadout rumsbums rausgeholt mittlerweile habe ich Tante Plasma in die Kiste gepackt und wir haben rumsbums wieder am Start mit jeder Menge Munition nicht zu viel einsammeln bis wir kamen verkaufter Mutti wo bist du du warst doch hier irgendwo das habe ich doch genau gesehen hier war doch grad eine Meierler Königin da drüben ist eine Powerrüstung die würde ich da war sie doch gerade wo ist sie hin sie ist verschwunden ne die muss hier irgendwo sein sie ist abgetaucht sie hat keinen Bock zum Kämpfen gibt's nicht wir kommen dich holen Mutti ist offensichtlich ein Heftchen und ein Fusionskern den können wir nicht liegen lassen oh Gott hey wo kommst du denn hier du Ratte oh 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 was war denn das bitte meine Güte wow und alles auf einmal hier ein Glück können wir rumsbums nachladen wie wir wollen mehr nicht mehr kann ich gerade nicht mitnehmen yay Wackelpuppe nice kann man gut verkaufen nichts weiter mitnehmen ansonsten wird das hier ein kurzes Vergnügen das Lodau ist richtig ne nicht dass es mir richtig angezeigt wird aber falsch abgespeichert ist Mutti wo bist du soll es ein Unterwasserkampf werden wenn du das möchtest kannst du das gerne haben sie ist hier irgendwo irgendwo haben wir sie doch gerade noch angezeigt bekommen na dann eben nicht dann steige ich wieder aus und gehe einfach so baden weil ursprünglich hat mir was anderes zu tun okay ich regel das hier 3 2 1 oh da ist sie ja wie schön Mutti 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 ne Kopf nein hä und mach dann das jetzt hier bitte ich war doch hier gerade genau V&S und auf den Kopf schießen Mensch Mutti doppelschoß Mutti doppelschoß Mutti ohoh Article 1 muss es den berg nehmen gleich ja ist der bergst der bergst der bergert zu setzen jetzt jetzt und konnte ich konnte nicht nein 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 du hast das nicht gesagt spritze 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 meine güte schande aber trotzdem geschafft ist geschafft das kann ich doch nicht liegen lassen muss ich mitnehmen muss ich mitnehmen und jetzt wird weiter verstrahlt noch ein stück zack wunderbar und schon sind wir wieder nördwütig und wir können unsere sniperino aktion starten nachdem wir hier das ekelwasser weggeschmissen haben ekelwasser weg damit schmutziges wasser ich hoffe unser kram wirkt noch so ein bisschen knallbeeren saft und koch kommt 20 minuten mensch 20 minuten wieder in die power schul gestiegen und wieder zurück nach look up and failed wir haben zwar jetzt gerade hier nicht die besten lichtverhältnisse so eine sniperino aktion aber das wird schon hinhauen wie viel schaden machen wir jetzt nicht vergessen ist eine anstachelnde waffe da wird alles war doppelt 272 ok auf distanz ist das schon nicht wenig die karten sind richtig gelegt abrissexperte wunderbar wirklich alles richtig gelegt ja kein kein skill punkt wurde hier verschenkt von hier oder noch höher noch höher habt ihr gesagt ok wer bin ich euch zu widersprechen uu gewürze verkauft auch für 500 entschuldigung für 500 kronen ach du meine nase das ist ja großartig mal hier war schon einer ja auch man jetzt haben alles so schlimm vorbereitet und wir können gar keine gar keine super mutanten kill die kohle 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 ok dann müssen wir ja dann müssen wir eben improvisieren gibt es hier hinten vielleicht noch welche ist aber auch klar das liegt an der squad challenge wow was für eine epische sniperino aktion hier die hinten werden oft vergessen dann ok wir können wir hocken wir hocken oh stimmt der erste schuss ne der erste schuss ist immer so ein larifari schuss gerade nach einer schnellreise ich verstehe es nicht manchmal auch direkt nach dem server login ne dann ziehen wir gar keinen schaden ab das ist eine ganz mysteriöse geschichte hey naja gut ist ein level 100 super muttern nicht vergessen akzeptabel aber ich habe ja was vor mit euch und zwar in kombination mit mit dem special loadout manager ich möchte mal ein experiment des sniperino bild basteln ich habe da mal was gesehen und das würde ich gerne nachbauen und dafür würde ich auch ein perk loadout manager loadout für opfern eins haben wir noch über richtig 11 haben wir noch über und das würde ich dann halt nur in kombination mit dem gerade eben erwähnten experimentellen sniperino special loadout verwenden nur so just for fun und ja damit kann man dann richtig viel schaden anrichten aber nun gut das wäre es hier in sachen sniperino aktion finde ich auch schade aber was soll man denn machen wir haben auch gar keine andere wahl als uns jetzt damit zufrieden zu geben aber guck mal knallbeeren ist doch auch was wert ist doch auch was schönes da gibt es noch mehr vielleicht na gut was können wir als nächstes machen können wir noch so halbwegs nein nicht umsetzen das camp ich habe eine andere sitzposition ich kann ja nicht richtig auf meine tastatur gucken ich muss meinen sitzball aufpusten ich sitze hier auf einem gaming chair ganz ungewohnt für mich daily ops was ist denn heute daily ops mäßig unterwegs was können wir denn da machen look up and failed aktive tarnung getan wenn keine angriffe erfolgen also können wir die gegner nicht anvisieren das wäre schon echt üble kombination wenn die hier getan sind man mehr oder weniger also auch auch zum nahkampf gezwungen wird und die dann am ende wenn sie sterben noch diese säure versprühen grubenhauer world world 490 gibt es zufällig gerade jetzt hier wobei ich guck mal lieber kurz nach doppelhand nahkampf loadout können wir nicht rennen einhand nahkampf loadout auch nicht kloppy modus im kloppy modus können wir noch rennen wie lange ach noch ein gutes stück wie viel kloppy muni haben wir noch nicht mehr viel wir müssen selbst mal bald in die produktion gehen doch aber noch geht's noch geht's gibt es zufällig eine eine gruppe nein dann machen wir das eben aber auch erst wenn wir uns unserer unnützen tragebelastung entledigt haben schrägstrich was verkauft haben was ich in der letzten no commentary folge vorbereitet habe oder ist einer west gar mensch der resident evil verräter und warum läuft die musik hier nicht kann ja wohl nicht wahr sein kann ja wirklich wohl nicht wahr sein kurz aussteigen bitte aus der power rüstung wir müssen dann auch was essen trinken und co ich weiß gar nicht habe ich habe ich habe ich meine extended toilette hier schon mal gezeigt ne ne die neuen die neuen bilder kennt er noch nicht schön oder und ein spiegelchen haben wir leider nicht funktionabel aber das kommt vielleicht später noch aber wer lässt immer das ding offen so verkaufen 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 haben wir noch was zum abkochen vielleicht eventuell kochstation da ist doch bestimmt doch irgendwas dabei knallbeeren saft stopp regler fluppdiwupp und save everything die mod funktioniert jetzt auch wieder sie wurde aktualisiert man kann jetzt wieder beim ablegen von gegenständen und beim einstellen von verkaufspreisen die summe per tastatur am pc eingeben wenn man diese mod benutzt wollte ich jetzt nochmal hinzufügen klasse das können wir selber essen was bringt das ausdauer 4 oh ja das können wir in der day jobs verdammt gut gebrauch ich glaube wir haben genug großmenge vielleicht noch erstellen ja eventuell großmenge dünger klasse gummi und den rest weg damit oder ist ja noch vielleicht dünger zum einschmelzen ich meine wenn ich schon mal so ganz blöd wieder rumstehe ok dann bitte verkaufsklamotte das war 0 und bindestrich sehr gut ich war wieder die ganze zeit in meinem verkaufs loadout unterwegs verkaufs loadout richtig süßkuchen hätte ich herstellen können aber ich glaube so viel kram habe ich dann auch wieder nicht aber genug trauben bierchen fragezeichen in der in der bowleschale deswegen habe ich die dahin gestellt dann bin ich ganz separat hier ohne an den stash zu gehen und oben auf die jeweiligen reiter zu klicken mir ein bierchen schnappen kann und jeder andere natürlich auch denn man kann ja an fremde bowleschalen rangehen und sich da bedienen klasse ist alles in ordnung wir können verticken wir können kohle verdienen 1400 und ich glaube aktuell ist sogar ein gold event am start da müsste ich eigentlich jetzt noch ganz viele staatsanleihen hier naja mal gucken mal gucken die nacht ist noch lange also für mich jetzt gerade hier weg damit klasse 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 granaten weg schlitter mine weg eine sekunde habe ich noch zufällig wasser am stash manchmal habe ich noch unnützes wasser am stash nein habe ich nicht aber doch bestimmt aber doch bestimmt hier nein ok ich war da gerade dran das vergesse ich hin und wieder ach so die klimaanlage hier ist auch neu und eigentlich durch lustigen beleuchtungs fehler wird die von innen von den eiszapfen auch hier außen beleuchtet finde ich ganz nett aber genug genug der camp beschauung wir wollen verkaufen 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 denn wir sind überladen und wir brauchen kohle wie immer waffen hat man durchrüstung keine zu verkaufen gut zeug möchte ich mal ausprobieren genau jetzt habe ich auch das kostüm hier für eine kombination können wir das für ein foto mal anziehen ansonsten würde ich das sehr ungern mit rumlaufen 100 aufbereitete wasser 500 kronkork wow das hat sich echt mal wieder gelohnt was haben wir ja extra gekocht gab genau die mod man eier omlettes hat mir noch andere großmengen am start nicht viel aber die können mal wegschmeißen die sind unnötig schwer wie vieles andere auch brauchen wir brauchen wir denn die bäuerpfel nein verstrahlt essen nein dankeschön flaschenkörpersuppe bringt uns herzlich wenig wir brauchen aktuell fleisch auch wenn ich das nicht so möchte kaugummis ja darf ich nicht vergessen müssen in dem verkauf gesetzt werden aber ich habe das bestücken meiner verkaufsautomaten erst mal vor mir her geschoben weil ohne ohne die mod wo ich die preise per tastatur eintippen kann ist das echt lästig mit dem regler da tun mir echt einige leute leid vor allem die konsoleros das wäre echt schön wenn die auch sowas in die richtung hätten oder zumindest eine präzisere art der der summen eingabe vielleicht geht das ja ich weiß es ja nicht ich habe es auf konsole oder mit controller noch nicht gespielt gehabt vielleicht kann man ja mit den triggern oder so zehner schritte oder oder irgendwas in die richtung machen brauche ich brauche ich nicht weißsuppe weg damit mutterbeeren saft ist in ordnung luca sherry klasse kohle 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 tato saft wolfsrippchen zuckerbombe können wir alles gebrauchen bären mentals nein kalmex nein verkaufe ich selber hier kriegen wir nur 25 kronen korken aber bei uns ganz solide 99 kronen korken man könnte bestimmt die preise noch ein bisschen nach oben setzen aber ich will ja auch kein abzocker sein das muss ja nicht sein die leute sollen ja wieder kommen overdrive natürlich weg damit psycho meine lieblings droge innerhalb meines aktuellen fallout new vegas box ruf hatte gerade blackout schon wieder werde dabei weg dass du bist arm jetzt schon na gut dann ebenso 24 also mal 40 genau 40 bitte zack und dann noch kriegst du von uns ein bisschen schrott aber nicht viel fünf hast du noch ne also zweimal fieberglas rolle und habe ich irgendwas für einen kronen kopf nein na gut die kannst du behalten wir haben kohle gemacht jede menge kohle 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 Vielen Dank.